Wer hat die Möcken mit dem Schott an? Ähm, ich. So, ähm, gut, ich geh jetzt... Wollen wir nach oben? Hat jeder Waffen und Munition aufgefüllt? Uh, drei Stücke von der Zahl. Ich bin tot. Wanns oder was? Ja, drei Stücke. Oh, hat er. Okay, kein Schild. Wollen wir? Ja, immer. Ich, ich merb die oben schon so ein bisschen. Ich hab die ja schon. Schuhtechnisch haben wir schon. Was hier alles drinne liegt. Ich seh da nur Schilder. Und, und hoch. Oh nein, 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 ich bin tot. Schnell, Lieutenant. Eine Fregatte hat die Gruppe strengen, sobald der Schild aus ist. Note 6. Wir müssen den Schild ausschalten und abhauen. Los! Ich... Warum habt ihr alle blaue Schild? Ja, ne? Alle! Es zur Hölle, warum? Ich bin... Ich bin tot. Ich kann grad nichts sagen. Ich muss irgendwie spawnen. Fliegt mal ein bisschen tiefer. Los! Ich bin auch tot. Scheiße. Oh, danke. Wo bin ich? Geil. Oh, geil. Hier bin ich. Geil. Ah! Okay, wie sieht das Ding aus nochmal? Pfarrer. Hilfe! Äh, ich... Danke. Egal wer. Das kommt... Na, da kommt er schon wieder. Oh, ich bin... Ich, ich, ich... Ich fall grad runter. Wupsi. Wir müssen den Schild ausschalten und abhauen. Los! Okay, gut. Ah, da ist das Schildding. Da ist das Schildding. Da ist das Schildding. Ja. Stopp, 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 stopp. Bist du tot? Ja. Los! Ja, genau. Schieß nochmal, schieß nochmal, schieß nochmal. Ich fahr grad auf der anderen Seite. Wo? Nein, ich bin ausgestiegen! Ja! Hallo! Ähm, ich hab mein Banshee verloren. Äh, weil du ausgestiegen bist. Ja. 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 Nicht schlimm. Wir haben hier die meisten weg. Ich bin tot. Wie meine Leiche so rausgeflogen hat. Oh, verdammt. Wo ist er? Hier bei mir. Da. Ja, ich seh ihn. Ah, verdammt. Hab ihn runtergeschoben. Oh, sehr gut. Lieutenant, Schild ausschalten und verschwinden. Oh, shit. Oh, das ist ein hartes Kampf hier. Ich drück mal hier rauf. Das ist so wie meine Arbeitspläne. Das ist doch behindert. Oh, shit. Ah, zum Glück hatte ich hier diesen komischen Granatwerfer da. Damit hab ich ihn einfach runtergeschoben. Ja, so hab ich auch schon einen da runtergeschoben. Ja. Und beide Male bin ich hier gestorben. Ist doch egal. Hauptsache weg. So, drei Katzins übersprungen. Sehr gut. Oh, endlich die Magnum. Wir können nur gewinnen. Ja. Ich erinnere mich an die Stelle. Sie, sie haben Raumschiffe, wir haben Pistolen. Das ist immer gut. Wir haben Magnum. Sie haben keine Chance. Sie sollen kapitulieren. Tja. Machen wir das? Es geht durch meine Panzerung. Wir kommen. Ja. Wir kommen. Ja. Okay, drei Elites. Was denn? Oh, nee. Hä? Du konntest mich gar nicht gesehen haben, du Bastard. Wir sind tot, ja. 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 Oh Gott, bin tot. Bin voll in so'n Granatenschwarm reingelaufen. Hey, warum brauchen wir das? Bist der Letzte, ne? Ich bin wieder tot. Ja, er hat hier Rikki nicht geschlagen. Wie was das? Denk ihn ab, oder? Es ist Zeit für die Sache. Denk ihn ab, oder? Ja, man kriegt meistens immer nichts mehr. Nein! Ich bin tot, ja. Hey, euch. Ja, wir sind jetzt alle gestorben. Das ist die Granate. Ich bin tot, ja. Das ist die Granate. Ich bin tot, ja. Ja, wir sind jetzt alle gestorben. Das ist die Granate. Gern ab, nein. Ich bin der Verdammt noch mal geblieben, bevor ich euch runterschmeiße. In der Garten. Runter. Und ihre Granaten. Zuerst. Von Pfeil. Nö. Eins. Zuerst. Von Pfeil. Zuerst. Von Pfeil. Zuerst. Gute. Oh, nein, 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 nein. Ja, ich würde sagen, du hast mich erwischt. Die erste Granate hat mich weggeschleudert, die zweite hat dich erwischt. Geil. Nein, er hat mich gesehen, so eine Kacke, so eine Kacke. Ja, nein. Was? Du hast mich Feuer umgebracht. Sorry, die Granate lag schon und da bist du gerade so an den Rang gehasselt. Nein. Wir sind alle so geil. Hä, wo wart ihr denn da? Ich war doch gerade alleine. Wir kamen von der anderen Seite. Geht halt, und ich sag mal, ich kippe ganz. Und dann schießen wir das Leben aus der Seite. Achtung. Achtung. Ich leg ihn ab. Ich bin auch tot. Aber er hat fast kein Schild mehr, glaube ich. Ja, das ist egal, soweit er treibt. Ich war hier ein Schild. Das waren zwei Granaten, die konnte ich nie verleben. Wie gesagt, zwei Sekunden ohne Antworten werden wieder zwei Schild. Alter, hat es mich gerade zerrissen. Zum Glück gibt es hier keine Zerstücklung. Oh, ja. Ja, ja, ich schuld. Hier hat er wieder auf keinen Raum gesetzt. Ich will doch nicht sterben. Das ist so gut. Da, da, da. Oh, das ist so gut. Oh, das ist so gut. Oh, das ist hier auch der Fall. Nein! Wir hängen aber auch alle auf dem Haufen. Ich bin tot, na? Ja. Bin wir da, bin wir da, bin wir da. Ich bin tot. Er hat kein Schild, er hat kein Schild, er ist tot. Ich hab ihn auch vier, fünfmal geboxt. Fresse! Immer weiter, immer weiter rauf! Der, der, der ist richtig Akku. Der will... Genau. Boah, bist du tot? Echt, ich sacke? Ja, richtig gewonnen. Egal, wo man hier dann läuft, die Leute gut sind. Ja, die wird... wird uns nicht so schnell ausgehen, ne? Oh, ganz viele Schild, Leute. Mensch, süß! Ich hab hier einen Schausstürzimmer entfernt. Ich hab hier einen Schausstürzimmer entfernt. Einen zweiten. Okay, das war gut. Elite. Ich hab hier einen Schausstürzimmer, bitte. Der sprengt sich selber in die Luft. Ich hab hier einen Schausstürzimmer entfernt. Ich hab hier einen Schausstürzimmer. Alle mal rein! Es kommen noch mehr rein, ne? Nein, 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 nein. Da kommt jemand! Also Vorsicht! Ja, ich hab nur auf der Fall. Ja, ich hab nur auf der Fall. Ich hab hier einen Schausstürzimmer entfernt. Ach ja, jetzt ist das hier mit der Panzerfaust ein ganz Scheiß. Oh nein! Toll! Schön, dass ich auf den Sack bekommen hab. Ja, aber er ist da reingegangen und wir haben ihn gekillt. Genau. Oh ja, Schrotfilzen. Nicht springen. Ja. Dann kann ich auch mit Wattelbäuschen schmeißen. Ja. Die nutzloseste Wache. Schrotfilzen? Ja. Du kannst das Ding ruhig mal mit der Schrumpet ausrüsten oder mal ranladen. Ja, das macht gar nichts. Hm, okay. So wo ist Schwert? Wie Schwert? Das Schwert macht schon ein bisschen was, ja. Das ist anders. Wir verschwinden auf eurem Staat. Oh. Ach, ja. Wir fliehen ja jetzt. Oh ja. Oh ja. Wie wechselt man nochmal die Waffe? Willkommen zu Operation Kinghark, Noble 5 und 6. Sie folgen jetzt meinem Kommando. Noble 6. Die Sabers wurden für die orbitale Verteidigung angepasst. Machen Sie sich erstmal damit vertraut. Treffen Sie dann die anderen Sabers und die Savannah auf Anker noch. Wo seid ihr? Ich seh euch gar nicht. Ah, okay. Ich bin hier. Und noch weiter über mir ist... Und denkt daran, wie macht man nochmal die Aufrufreichmanöver mit Leertaste? Ja. Ach ja. Ja, das wird wichtig. Ja, das wird wichtig. Irre, unbekannte Kontakte. Savannah Saber Teams. Aufpassen. Binschieß im Anflug. NK9 an alle UNSC-Flieger. Stationsabwehr ist ausgefallen. Brauchen vorübergehende Kampfunterstützung. Los geht's. Zeig ihnen, was du drauf hast. Von wo kommen sie? Noch nicht. Ah, davon haben sie. Noch nicht gesichtet. Da. In Sichtweit. Okay. Oh Gott, ich muss mal ganz kurz hin. Ja. Ja. Das Ziel wird durch Löschert. Gott, sind die schnell. Ich hab auch jetzt endlich mal einen überhaupt gesehen. Okay. Oh, 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 oh. Der hängt einen am Hintern. Oh Gott. Ein Teammate hat mich umgefahren. Ich kotze. Ja, er hat mich voll gerannt, ich war tot. Ey, wieso jetzt bin ich in dieser Mischung gestorben? Alter, mein Schiff ist gut. Boah. Ich bin getroffen. Warten bereit. Oh Gott. Okay, 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 okay. Alter, was für Ausweitmanöver. Ja. War nicht noch mehr. Wow, Sie kennen sich gut mit Sabres aus. Ja, ist weg. Ich glaube, es ist Dambel-Faust. Ja. Der Hände ist nicht so. So. Wie ist die Allianz denn überall? Hm. Da kommt noch ein paar. Ja. an alle NSC Flieger, Stationsabwehr wieder eingeschaltet, Warn frei, wir heizen ihn ein. Oh ja, ich bin gleich mittendrin. Oh ja, ich bin gleich mittendrin. Einer ist schon mal okay, ja. Ja. Ein feindlicher Jäger ist weg. Es war ein Lauterfahrt. Hä? Irgendwas muss ich hier sein. Äh, irgendwie funktioniert man die Schubbüse nicht. Ah, jetzt. Oh shit, jetzt bin ich auch eigentlich gestorben. Oh, mein Feldziebenbürste hier. Ah, ich bin abgestürzt. Sehe auf, wenn sie schießen. Äh, vor allem nix, die haben nicht den, äh, Fighter kaputt gemacht, die haben mich rausgeschossen. Also, dort ist kein Schiff. Ja, aber der, der Flieger ist weiter geflogen, bloß ich bin, naja. Ach, scheiße. Ich bin tot. Ja, ich fliege hin. Es wird heiß. Ich bin hinter mir. Super Schuss! Ich versuche erstmal die Kleinen wegzumachen. Oh, da kommt noch schon wieder neuer. Wir haben einen Jäger auf 6 Uhr. Rappen bereit. Oh! Anker 9 an alle UNSC Jäger. Und er mal hier sterben. Direkt im Kurs auf unsere Stromversorgung. Saberteams markieren wichtige Kanonengotziele. Jetzt. Der Cyberstuck, der sag ich. Der Cyberstuck, der sag ich. Die Schilder halten nicht mehr lange durch. Ich kann sie nicht abschieren, er fasst. Er ist hinüber. So wohl, da ist ein Jäger auf 6 Uhr. Keine Schilder mehr. Okay. Okay.